Aloha Seekräuter, Aloha Wohnzimmer-Kapitäne. Willkommen zurück hier auf dem Seekrauts-Kanal und willkommen zu dieser Express-Schiffseinweisung zum T5-Kreuzer Ginova. Ja, da haben wir ihn. Er schwimmt durch die Gegend in World of Warships und ja, hier alle wichtigen Informationen zu diesem Dampfer. Wir haben hier Hitpunkte 30.100. Wir haben Torpedos-Schadensverringung von 13% und eine sehr leichte Panzerung. Vorne 13 mm, hinten 13 mm, an der Seite die Zitadelle relativ lang, 70 mm Panzerung obendrauf. Die Kasematten sind mit 16 mm gepanzert und die Aufbauten haben 10 mm. Das heißt, es ist wirklich super leicht. Also zum Beispiel eine Ginova, die euch beschießt, die hat nur ganz wenige Punkte, wo sie nicht penetrieren kann. Dazu aber später nochmal. Das Schiff hat auch Torpedowerfer. Ihr habt eben gerade schon die Winkel gesehen. Die sind ganz hervorragend, um die Torpedos abzuwerfen. Allerdings müsst ihr aufpassen, dass ihr nicht selber in die Torpedos fahrt, weil, naja, die Tops, die haben nur 51 Knoten. Kleiner Smiley am Rande. Ja, gucken wir uns mal die Hauptbatterie an. Wir haben hier vier Türme A2-Hore und die haben einen Kaliber von 203 mm. Die Nachladezeit entspricht nicht dem eines Kreuzers, sondern fühlt sich an wie der eines Schlachtkreuzers vielleicht, eines leichten Schlachtschiffs, wie auch immer man das ausdrücken möchte. 20 Sekunden dauert es, bis die Türme wieder nachgeladen sind. Und in der Skillung hier haben wir eine Turmdrehzeit von 23,4 Sekunden. Maximale horizontale Streuung 122 Meter. Das ist schon runtergesgilt, nämlich mit der Zielsystemmodifikation. Ohne diese hätte man über 130, ich glaube, 133 Meter, meine ich mich zu erinnern. Dann gibt es hier zwei verschiedene Varianten. Wir haben hier einmal die Semi-Piercing-Shells, ja, also SAP, ja, Semi-Armor-Piercing-Shells, so viel Zeit muss sein. Und dann gibt es die ganz normalen AP-Granaten. Die SAP-Granaten hier penetrieren 54 mm Panzerung, also egal auf welchem Schiff sozusagen, und machen 4850 Alpha-Damage. Dann gibt es noch die AP-Granaten, die haben hier Standardabprallwinkel, 0 bis 30 Grad. 31 bis 45 Grad gibt es dann die Chance auf Penetration ab. Dann eben 45,1 Grad bis 90 Grad findet die Penetrationsberechnung statt. Die Zündverzögerungen sind 0,033 Sekunden. Und wenn ihr dann in der Zeit die Panzerung penetriert habt, dann gibt es eben 4700 Alpha-Damage, wenn ihr die Zitadelle trefft. Die ganze Distanz, die die Mumpeln zurücklegen, sind 14,3 Kilometer. Und egal welchen Granatentyp ihr schießt, ihr schießt mit 840 Meter die Sekunde. Ja, also so schnell sind die Granaten eben unterwegs. Gut, die Sekundärbewaffnung, die vernachlässigen wir jetzt einfach mal. Die geht 4,2 Kilometer weit, 12 Türme, A1-Rohr, 102 Millimeter. Und ja, dann kommen wir schon zur Torpedo-Bewaffnung. Wir haben hier vier Werfer, A2-Rohre. Also ihr habt an jeder Seite eben zwei Werfer, also vier Torpedos, die ihr in Wasser werfen könnt. Die Torpedos schwimmen wahnsinnige 8 Kilometer weit, allerdings mit nur 51 Knoten. Die Torpedos sind 1 Kilometer auch nur sichtbar. Und der Alpha-Damage des Torpedos beträgt 9.067. Das ist wirklich nicht dolle. Die Moments zum Beispiel, die hat nochmal eine ganze Ecke mehr. Die kommt auch 8 Kilometer weit als Ausnahme und macht 14.400 Alpha-Damage. Also das ist schon mal ein ganz großer Unterschied. Aber es gibt noch einen. Die Nachladezelt hier beträgt nur 47 Sekunden von dem Torpedo-Werfer. Bei der Moments sind das zum Beispiel 69 Sekunden. Nur mal so, dass wir Vergleichswerte haben. Dann geht es weiter in Richtung Flak. Ihr habt schon gesehen, so stark ist die Flak hier nicht. Wir haben hier nur Mittel- und Langstrecke. Die Mittelstrecke geht bis drei Kilometer, macht 26 Kontinuierlichen Schaden. Und die Langstrecke geht dann hoch bis vier Kilometer, macht 70 Kontinuierlichen Schaden. Und hat genau eine Explosion, die dann 956 Alpha-Damage sozusagen macht. Wenn das Fliegerchen da drin ist, dann tut das schon ordentlich weh bei den Fliegern. Aber diese eine Salve macht das Leben jetzt echt nicht schwer. Dann geht es weiter. Höchstgeschwindigkeit 36,2 Knoten. Wendekreis 660 Meter. 8,6 Sekunden Ruderstellzeit. Ihr seht es selbst. Das Schiffchen ist saumäßig schnell. Und ich persönlich finde es auch super wendig. Das muss man einfach sagen. Wenn man dieses Schiff auf Distanz spielt und damit diese bis zu 14,3 Kilometer oder wenn ihr das Spotting-Flugzeug benutzt, was ihr hier durchaus dabei haben soll, das Aufregungsflugzeug, dann kommt ihr sogar 17,2 Kilometer für eine kurze Zeit. Dann könnt ihr wirklich richtig gut auch dem Feindbeschuss ausweichen. Das ist ein Skill, den dieses Schiff mitbringt, den man auf jeden Fall nutzen sollte. Kommen wir noch ganz kurz zur Verborgenheit. Wenn ihr so skillt wie ich, sind hier 10,3 Kilometer drinne und zur Luft 7,5. Wenn er im Nebel steht und schießt, das lässt sich ja eben nicht verändern. Sind es eben 6,6 Kilometer. Gut, dann schauen wir weiter. Wir haben hier eingebaut Hauptbewaffnungsmodifikation 1, Antriebsmodifikation 1 und Zielsystemmodifikation. Ja, die Hauptbewaffnungsmodifikation ist ganz klar. Das Risiko der Hauptbewaffnung ausfällt, also zum Beispiel die Hauptgeschütze oder eben auch die Torpedowerfer wird halt reduziert. Die Überlebensfähigkeit der Bewaffnung wird erhöht und die Reparaturzeit der Module wird eben verkürzt, wenn sie dann doch mal ausfallen sollten. Dann in Slot 2 eben diese Antriebsmodifikation 1. Ganz wichtig, dieses Schiff neigt extrem dazu, ganz schnell Ruderausfall oder Antriebsausfall zu bekommen. Also besonders Ruderausfall ist hier ganz, ganz häufig zu sehen, wenn ihr nämlich am Popo getroffen werdet. Deswegen habe ich hier die Antriebsmodifikation auch mit reingeskillt, damit sie eben nicht so hoch wie ausfallen. Und dann in Slot 3, hier wie gesagt der Zielsystemmodifikation, da verringert die Streuung und ja, die Torpedowerfer drehen sich einen Ticken schneller. Dafür habe ich es, das ist ja Sinn, warum ich es dabei habe. Zu den Verbrauchsmaterialien kann man sagen, gibt eben ein Schadensbegrenzungsteam, was 60 Sekunden lang Aufladezeit hat. Wenn ihr nachher so skillt wie ich, dann sind es sogar nur noch 57 Sekunden. Ja, und damit löscht ihr dann eben die Brände, Flutungen oder stellt Sachen wieder her, die ausgefallen sind. Und dann im zweiten Verbrauchsmaterial-Slot könnt ihr wählen zwischen Jäger oder Aufklärungsflugzeug. Die Jäger, davon startet ihr zwei Stück. Auf einmal drei Kilometer fliegen die um euch herum. 85,5 Sekunden ist hier die, ja, die Nachladerzeit der Jäger. Und das Aufklärungsflugzeug startet ihr, das ist 100 Sekunden lang aktiv, erhöht eure Reichweite um 20 Prozent. Und die Nachladerzeit beträgt dann hier mit der Skillung, wie ich sie habe, 228 Sekunden. Davon habt ihr vier Aufklärungen, ihr seht es ja unten schon. Ja, das ist das, was man dazu sagen kann. Und dann können wir uns noch schnell einmal die Signale angucken. November Echo Set The Seven für mehr Flak-Schaden. Habe ich in der ersten Reihe dann oben Juliet Whiskey Una One, um eine höhere Flutungschance zu haben. In der zweiten Reihe von links beginnt November Foxtrot, um eben die Nachladerzeit der Verbrauchsmaterialien zu reduzieren. Sierra Mike, um die Höchstgeschwindigkeit des Schiffes zu erhöhen. Juliet Yankee Biso Two Flutungsrecovery Time, also die Zeit, wo die Flutung quasi wieder behoben wird, wird um 20 Prozent reduziert. Dann eben das Feuerlöschen wird um 20 Prozent schneller durchgeführt. Und dann natürlich ganz wichtig, die Anti-Deto-Flagge, die ihr hier mit drauf haben solltet, weil ihr sonst einfach overmatched werdet. Oder das werdet ihr sowieso, aber so ist das Risiko ein bisschen geringer, dass ihr sofort explodiert. Dann gibt es hier noch eine nette Tarnung, die hat die Standardwerte Typ 9 Tarnung. Minus 3 Prozent Erkennbarkeit zu See, plus 4 Prozent Streuung der Gegnergranaten. Dann Schiffskosten nach dem Gefecht minus 10 Prozent, also für die Reparatur und dann, oder die Wartung. Und dann gibt es noch 50 Prozent extra EP nach dem Kampf. So, und zu guter Letzt kommen wir dann noch schnell zum Kapitän, bevor ich was zu dem Schiff an sich nochmal ein bisschen was sagen möchte. Also, obere Reihe beim Kapitän, vorrangiges Ziel und präventive Maßnahmen. Aus eben schon gesagten Gründen, ihr müsst wissen, wie ihr aufgeschaltet werdet, um eventuell ausweichen zu können. Präventive Maßnahmen, damit eben möglichst lange die Module erhalten bleiben. In der zweiten Reihe Elite-Schütze, um die Türme schneller drehen zu können. Dann habe ich hier Adrenalinrausch drauf, um, wenn ich Schaden nehme, schneller nachladen zu können. Ihr habt 20 Sekunden Reload-Time. Richtig mördermäßig blöd. Dem müssen wir entgegenwirken. Wenn ihr Schaden nehmt, ladet er dafür schneller nach. Und dann gibt es hier noch den DD-Skill, den ich hier raufgepackt habe. Last Stand, also mit letzter Anstrengung, damit einfach ihr weiter manövrieren könnt, auch wenn eigentlich euer Ruder oder euer Motor ausgefallen ist. In der dritten Reihe gibt es Grundlagen der Überlebensfähigkeit, um nochmal das Feuer löschen oder die Reparatur oder eben die Flutungsdauer zu reduzieren. Und in der vierten Reihe habe ich den Tarnungsmeister drin, um hier runterzukommen auf diese 10,3 Kilometer. Und dann habe ich Radio Location drin, wo euch dann, der hat so eine Art Nährungssensor. Hier dieser weiße Balken, den ihr jetzt quasi, diesen Halbmond sozusagen, den ihr gerade seht, das ist die Radio Location. Das wird euch der nächste Gegner eben in der Nähe angezeigt. So, dann kommen wir zum Dampfer an sich. Wie gesagt, ihr solltet die Geschwindigkeit ausnutzen, ihr solltet die Reichweite ausnutzen. Das ist quasi wirklich das Wichtigste bei diesem Dampfer. Immer schön in Bewegung bleiben oder eben versuchen, verdeckt zu operieren, sodass ihr gerade über Inseln rüberschießen könnt, all so eine Sachen. Überlegt gut, wohin ihr zielt mit den SAP-Granaten. Das ist entscheidend, um vernünftig Damage anbringen zu können. Zielt nicht auf die Zitadellenhöhe oder so eine Sachen, versucht Aufbauten zu treffen oder die Spitze oder die Ende, das Ende eines Schlachtschiffs. Da sind die Panzerungen meistens dünner und ihr kommt da mit den SAP-Granaten eben durch. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, weil sonst, ja, bleibt einfach nicht so viel kleben. Ja, Torpedos sind eher mal, ich sag mal, nochmal eine Reservewaffe, ja, wenn es dann wirklich in den Nahkampf geht, weil man das nicht vermeiden kann, weil man nicht mehr irgendwie wegdrehen kann und dann irgendwie hier so Breitseite zeigen möchte. Hier kann ich mit Schuss nochmal ganz gut ausweichen, ganz schnell. Also, ihr seht, da ist schon einiges drin. Mir hat der Dampfer sehr viel Spaß gemacht, von der Wendigkeit her. Ja, die Nachleihzeit ist echt nervig, muss ich ganz ehrlich sagen. Man muss gut überlegen, wann man diese Mumpeln wie einsetzt. Das ist, ja, durchaus dann auch manchmal ein bisschen anstrengend. So, wie ich jetzt stehe zum Beispiel, noch einen Ticken vorfahren tue ich gleich, dann bin ich nämlich zu und kann trotzdem noch auf den Dampfer schießen. Daran arbeite ich jetzt zumindest gerade, das ist mein Ziel, dass ich zu bin und der Dampfer mich jetzt eben nicht mehr da gleich beschießen kann. Die Orion. Aber, ja, so ist das ungefähr. Und sonst eben immer schön weiterarbeiten mit hoher Geschwindigkeit. Also, das, was ich schon gesagt habe, vergesst nicht, dass ihr ein Auflehrungsflugzeug habt, dass ihr relativ weit damit schießen könnt. Würde ich auf jeden Fall mitnehmen, statt dem Jäger. Ist auch so eine, ja, so eine Sache, ne, die man gerne mal vergisst. Sonst, ja, auf T7, also wenn ihr im T7-Gefecht kommt, dann solltet ihr euch ganz doll zurückhalten, weil natürlich da die Gegner noch, ja, immens stärker, viel stärker sind und euch dann noch schneller aus dem Gefecht rausnehmen können. Da geht jetzt hier die Oktive-Revolution auf. Ich schmeiße da einfach mal Torps drauf, in der Hoffnung, dass sie da vielleicht sogar reinfährt. Das wäre ja mega. Dann hätte man hier weniger Sorgen. Aber das wird jetzt gleich zu viel, weil in so einem Nahkampf kann sich eine Genova hier nicht gegeben. Schaut euch das an. Eine Salve Orion und zack, zack, zack. Ruderausfall, Doppelbrand, ordentlich Damage kassiert. Also in Sachen wie Briten. Der He ist ja sowieso super stark. Da hat die Orion sich garantiert gefreut, dass sie da ordentlich Damage auf mich gemacht hat. Wobei besser gewesen wäre, aus der Situation mit AP auf mich zu schießen. So, hier schnell noch am Eisenahal vorbei. Raus aus dem Kanal, raus aus dem Trichter. Und dann sehe ich da hinten den Flugzeugträger. Da will ich nochmal drauf absetzen. Aber da war jemand anders schneller. Hat sich da noch in den vernichtenden Schlag eingesteckt. Ja, also das war beeindruckend, wie er da geschossen hat. Nichtsdestotrotz, wir sind hier bei der Genova. Es ist auf jeden Fall vom Rumpf her, wie gesagt, eher ein leichter Kreuzer, viel Ausweichen und so weiter. Und ja, die flache Schussbahn macht es eben auch teilweise schwer. Also einfach hinter die Insel stellen und so, ist da dann auch nicht. Sondern man muss ja auch mal noch gucken, dass man da eben gerade so noch drüber kommt oder so eine Sachen. Und auf jeden Fall solltet dazu sehen, dass ihr nicht nach vorne fahrt. Versucht dazwischen immer noch andere Schiffe zu haben. Dass ihr aus zweiter Reihe nicht hoppt, sondern schießt. Ja, das halte ich für durchaus wichtig bei dem Dampfer. Naja, also ich hoffe, ihr konntet euch hier so ein bisschen einen Eindruck von diesem Schiff hier geben. Wenn dem so ist, dann würde ich mich auf jeden Fall sehr doll darüber freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Vielleicht auch gerne ein Abo da lasst. Und ja, uns auch gerne weiterempfehlt. Wir sind auch nicht nur hier bei YouTube, sondern wir haben eben auch das Infotainmentportal bei Facebook. Einfach Seacross eingeben. Dann gibt es eine Seacross-Seite. Findet ja die englischen Artikel ins Deutsch übersetzt zum Beispiel. Und ja, all so eine Sachen, die wir da für euch eben parat halten. Nehmen wir hier noch die letzten Sekunden vom Gefecht mit. Da macht der Gegner, oder macht unser Schlachtschiff clever, nimmt den dann mit raus. Und damit ist das Gefecht dann quasi am Ende. Wir haben jetzt hier noch die Screens vom Gefecht. Und dann, ja, soll es das gewesen sein. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und dann bis zum nächsten Mal hier auf dem Kanal zum nächsten Video. Was auch immer das dann ist. Schüsseinweisung, Flaschenpost, Ausblick, was auch immer. Ja, also bis dahin. Euer Seacross-Team, euer Andi. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.